Die Herausforderung für uns bestand bei der Gestaltung des e-tron GT genau darin, dass wir auf der einen Seite eine hohe Ästhetik verbinden wollten mit einer sehr guten Funktionalität. Und genau diese Proportionen, die ich eigentlich mein Leben lang in meinem Kopf hatte, und bei jeder Skizze, wenn ich die mache, genau diese Proportionen werden mit dem e-tron GT Realität.